So, in letzter Zeit habe ich mir öfter mal Reviews zu Kopfhörern im Internet angeguckt, da ich ja irgendwie eine etwas panische Obsession mit Kopfhörern habe. Und da ist mir ein Kopfhörer ins Auge gefallen, ein sehr, also vergleichsweise sehr günstiger Kopfhörer, der aber in der wirklich hohen Preisklasse, also hohen Preisklasse, so 100, 150 Euro auch mitspielen kann. Und ich dachte mir, bestellt sie mal, stellt sie mal auf die Probe, stellt sie mal vor. Und es geht um den Philips SHP9500, der kostet auf Amazon, lass mich nicht lügen, 89 Euro und 6 Cent zur Zeit. Ich habe ihn jetzt als B-Ware bei Ebay gekauft, weil ich halt nicht mein ganzes Geld rausschmeißen wollte, um dann zu finden, ja okay, der Kopfhörer ist kacke. Also, wie wir hier sehen, nachverpackt, Packung ist ein bisschen beschädigt, aber nicht das Ende der Welt. Ich werde den mal aufmachen, ich habe hier meinen guten Schlüssel, wenn das denn so einfach geht. Da ihr wisst, meine Unboxings sind die professionellsten und ich kann nie alles aufmachen, holy shit. Okay, dann können wir das wahrscheinlich jetzt einfach abziehen. Oder auch nicht, dann brauchen wir doch wieder den Schlüssel, meine Güte ist das ein Spaß. So, auf ist er, das hier ist auch auf. Dann machen wir ihn doch mal offen und gucken, was uns hier so in der Packung begrüßt. Also zuerst, okay, nur schwarz. Ziehen wir das Ganze doch mal raus. Legen den Karton mal, wups, legen den Karton mal zur Seite. Handelt sich hier übrigens um einen offenen Kopfhörer. Deswegen empfehle ich offene Kopfhörer für zu Hause, fürs Spielen, da du eine viel größere Bühne hast und das einfach bei, gerade bei positionalem Audio 3D-Abbildung viel präziser ist, als jetzt beispielsweise einen ATH-M50X, der kaum Soundstage hat. Der aber dafür für Musik und der reicht auch fürs Spielen. Aber wenn man halt jetzt wirklich so der intensive Counter-Striker ist, ist das eventuell nicht so klug. Also der Kopfhörer kommt hier in so einer Tasche, den lege ich erstmal zur Seite. Gucken wir erstmal, was hier sonst noch so drin ist. Ein 3,5 mm Klinke-Kabel. Sieht sogar recht hochwertig aus. Das ist ein schön hochwertiger Klinken-Ding. Und hier direkt mit Adapter noch drauf, der 6,3 mm Adapter. Ich denke mal, dieses Ende geht ins Kopfhörer. Ins Kopfhörer, aber mein deutsches Sprachzentrum ist verwirrt. Und dieses Ende geht wahrscheinlich dann in den Rechner. Und das gute Südchemie-Performance-Packaging. Und hier drunter versteckt sich da noch irgendwas? Negativ. Verpackung ist halt Pappe, ne? Aber du kannst jetzt nicht bei einem 80-Euro-Kopfhörer die übelste Biodynamic-Hochwertige-Verpackung oder Audio-Techniker-Verpackung erwarten. Aber sieht schon ganz schick aus. So hat hier wahrscheinlich auch zum Laden hängen so eine Klippe oben drunter. So. Dann gucken wir doch mal. Hier ist die Tasche. Ist jetzt, ja, ist eine merkwürdige Tasche. Das ist so ein Leinenstoff irgendwie. Und hier drin haben wir dann den Kopfhörer. Dann gucken wir mal, ob mein Modell irgendwelche Spuren von Abnutzung hat. Ne, dann habe ich Glück gehabt, wegen B-Ware. Also der Kopfhörer sieht so aus. Es ist ein offener Kopfhörer. Wir haben hier auf der Ohrmuschel jeweils rechts und links. Schönes Design. Ist flexi. Das hier oben haben wir Plastik. Aber ist ein recht stabiles Plastik. Das erinnert mich an das Plastik von den Sennheiser HD-Kopfhörern. Die Ohrmuscheln sind absolut riesig. Wenn wir jetzt mal die Ohrmuschel anschauen und die mit der Ohrmuschel von meinem Biodynamic DC-99 Pro vergleichen, da passt einfach noch ein ganzes Stück mehr rein von Ohr. Da habe ich nämlich auch gelesen, dieser Kopfhörer soll tragekomforttechnisch sehr gut sein. Aber wie gesagt, das habe ich nur gelesen. Das muss ich selbst noch auf die Probe stellen. Der dreht sich hier auch so. Und das ist auch eine coole Idee. Die haben hier, weil die beim Drehen sich vielleicht hier an dem Plastik abreibt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich sehe so ein ganz kleines Stückchen Teserband. So minimal, was halt die Abreibung verhindert. So, natürlich habe ich eine riesen Birne. Also, holy shit, das geht groß. Okay, ja. Das ist auf jeden Fall cool. Das passt auf jeden Kopf. Wer hat denn schon so eine große Birne? Ich denke mal, nicht mal ich brauche diese Riesengröße. Sonst, die Polster sind, ähm... Wie kann man das sagen? Das ist so ein bisschen so wie Trikotstoff. Also so dieser, von so einem Fußballtrikot oder so. Der Stoff davon, halt so atmender Stoff. Das Headband ist nicht ganz befestigt. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass das deinem Kopf dann so ein bisschen folgt. Das sieht man ja auch hier, dass das nicht ganz am Kopfbügel befestigt ist. Und ich werde das Ding mal aufsetzen. Ich werde das Ding mal ein paar Stunden zum Test fahren. Und dann werde ich berichten, wie er mir gefällt und ob er eine Empfehlung, ein Kaufwert ist. Bis gleich. So, mein abschließendes Fazit zum Philips SAP 9500 ist doch tatsächlich sehr positiv. Ich war ja zuerst skeptisch, weil ich in den Reviews weiß ich nie, ob ich da jetzt dran glauben soll. Oder ob das vielleicht einfach nur bezahlte Reviews sind. Aber ich habe dieses Ding jetzt vier, fünf, sechs Stunden jetzt durchgehört gestern Abend. Und heute Morgen auch noch ein bisschen. Und ich bin echt begeistert. Also jetzt für 89 Euro für den richtigen Preis, weiß ich nicht. Müsste mal gucken, wie man sich damit zufrieden sein kann. Weil der spielt in der Liga 100 Euro Kopfhörern gut mit. Aber wenn man dann tatsächlich mal ein Angebot kriegt, weil den gibt es öfter mal auf MyDeals oder so im Angebot für, frag mich nicht, 59 Euro. Teilweise sogar einmal für 42 Euro. Wer den Kopfhörer für 42 Euro kriegt, das ist top. Also der ist stabil. Ich mit meinem riesigen Wasserkopf muss ihn auf die Stufe 6 fokus. Will er nicht. Es ist Stufe fast auf die Stufe 6 stellen von der Größe. Aber der wird eigentlich jedem Kopf passen. Mein Kopf ist ja schon ziemlich groß, nicht? Und wie er anliegt, also der drückt ein ganz bisschen, aber der liegt super, der klemmt ein ganz kleines bisschen, aber der klemmt halt so wenig, dass er doch, also auf jeden Fall angenehm ist. Ich würde den Tragekomfort auf jeden Fall auf eine Stufe mit meinem DT 99 Pro stellen. Wenn nicht, vielleicht sogar ein bisschen höher, weil der DT 99 Pro ab 4-5 Stunden dann doch nervig wird. Das Einzige, was ich mir blöd vorstellen kann, ist da die Polster aus diesem Trikot-ähnlichen Stoff sind, dass sie dann nach 3-4 Stunden im Sommer bei wirklich hohen Temperaturen, dass sie dann auch gerne mal anfangen, so ein bisschen Schweiß aufzusammeln. Weil das ist ja bei Trikots genauso. Das ist ja zwar ötmender Stoff, aber im Endeffekt sammelt der trotzdem Schweiß ein und stinkt dann recht stark. Man kann die Polster auch nicht runternehmen. Die sind hier festgemacht. Das finde ich irgendwie schade, weil ich diese Polster gerne abnehmen und auf jeden Kopfhörer tun würde. Das ist riesengroßes Ohrmuschel-Ding. Das ist richtig krass. Also so eine riesige Ohrmuschel. Klar, man kann das jetzt nicht mit dem DT 99 unbedingt 1 zu 1 vergleichen. Das Kabel hat sich verfangen. Ja, weil das eben ovale Ohrmuscheln sind und der 99 halt runde Ohrmuscheln hat. Aber im Endeffekt, das Ohr passt da rein. Auch wenn ihr riesige Ohren habt. Das wird da reinpassen. Und ich kann nicht wirklich viel mehr dazu sagen. Die Höhen sind recht stark. Also die Frequenzkurve zeigt auch deutlich, wenn man sich die mal online anschaut, die Frequenzkurve zeigt deutlich einen High Peak. Von daher, wem das nicht unbedingt so sehr gefällt, dem wird der Kopfhörer vielleicht doch nicht so gefallen. Und wer jetzt auf der Suche nach Bum-Bum-Bum-Bass-Schleuder ist, der wird hier auch nicht mit zufrieden sein. Der Bass ist da. Der Bass ist präsent. Aber er ist nicht overpowernd. Also wenn ich den jetzt mit meinem Audio-Techniker ATH-M50X oder mit dem Ultrason HFI 780 vergleiche, erstens wegen der geschlossenen Bauweise sind die sowieso ein bisschen bassiger. Und zweitens haben die einfach allgemein ein bisschen mehr Punch. Dafür aber nicht so eine große Soundstage. Dieser hier hat eine Top-Soundstage. Ich habe auch gestern noch ein bisschen gespielt, ein bisschen Mad Max. Das ist neu, Mad Max gespielt. Und klar, das ist jetzt kein Counter-Strike, wo ich irgendwie die ganze Zeit Schritte orten muss. Aber positional 3D-Abbildung kriegt der schon super hin. Besser als Headsets auf jeden Fall. Ja, mehr kann ich wirklich dazu nicht sagen. Für 59 Euro auf jeden Fall exzellent. Für 89 Euro okay. Nicht überragend, nicht kein Wundermittel, aber okay. Und okay finde ich reicht. Also wenn man auf der Suche nach einem offenen Kopfhörer ist, vor allen Dingen in dem Preisbereich gibt es echt wenige offenen Kopfhörer. Da ist ja der Tax da HI2050. Der kostet so um die 60 Euro rum. Aber diesen hier würde ich auf jeden Fall den HI6050 bevorzugen. Auf jeden Fall. Also ohne irgendwelche zweiten Gedanken. Und bis 100 Euro gibt es da sonst nicht mehr viel. Teufel, Aureol, Real. Keine Ahnung. Bis 100 Euro. Hier absolute Kaufempfehlung. Wenn ihr auf der Suche nach einem offenen Kopfhörer seid. Und natürlich auch, wenn ihr irgendwie einen Kopfhörerverstärker oder so habt, dann könnt ihr noch ein ganzes Stück mehr rausholen. Mit einem vernünftigen Amp und einem Deck. So einem Sheet-Modi und einem Magni oder einem O2O-Duck. Das ist halt immer wesentlich besser, was an qualitativ angeht. Ich habe das jetzt einfach an mein Steinberg UR20 Audio Interface angeschlossen. Es klingt besser als eine Onboard-Soundkarte. Und das reicht mir. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was ihr tun sollt. Daumen nach oben. Abo. Freue ich mich immer drüber. In der Beschreibung werdet ihr einen Link zu Amazon finden, zu diesem Kopfhörer. Wie immer betone ich, dass das ein Amazon-Affiliate-Link ist. Das heißt, wenn ihr darüber kauft, verdiene ich ein wenig. So als Dankeschön dafür, dass ich euch diesen Kopfhörer empfohlen habe. Könnt ihr da gerne drüber kaufen. Müsst ihr aber nicht. Ist keine Verpflichtung. Ihr zahlt dadurch nicht mehr. Ich zahl dadurch nicht weniger. Bis zum nächsten Mal. Favorisieren, abonnieren, masturbieren. Und ciao.